Dominika, kannst du mir doch ein bisschen helfen? Das geht jetzt nicht, ich bin gerade mit meinen Fingern beschäftigt, ich will heute auch schön ansehen, wenn man hier das kommt. Aber, weißt du was, ich habe mir gedacht, du bist so eine begabte Künstlerin und vielleicht könntest du so eine Schinken-Käseplatte so super mit den Farben zurechtkriegen. Dominik, hallo, bist du hier? Super, jetzt gleich? Ja, ich komme vorbei. Super, tschüss. 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 Vielen Dank.